Ich nehme an der Summer School teil, um neue Impulse zu bekommen, sowohl für mein Studium, als auch für meinen Job. Ich mache eine Ausbildung zur Koffer im Einzelhandel und da bin ich jeden Tag mit Ware beschäftigt und möchte aber gerne auch so das große Ganze im Hintergrund verstehen und was es da für Zusammenhänge gibt. Das Ganze hier ist ja ziemlich zukunftsorientiert aufgestellt und es geht viel um Themen, die uns in der Zukunft sehr beschäftigen werden und deswegen habe ich mich entschieden, mich anzumelden und mitzumachen. Das Thema Digitalisierung ist im Endeffekt unglaublich wichtig, um in der Zukunft fit zu sein im Bereich Kosten und auch Zeit, weil gerade durch Fast Fashion und Co. ist natürlich die Zeit ein ungemeiner Faktor geworden und auch der Kostenvorteil ist dadurch unglaublich gegeben, beziehungsweise ich glaube in der Zukunft ist eher der Kostennachteil gegeben, wenn man nicht digital ist. Ich denke, dass Digitalisierung relevant ist, weil es halt eigentlich aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken ist. Das merkt man im privaten Leben, sowohl auch im beruflichen Leben und ich denke, dass viele Dinge dadurch halt abgelöst, vereinfacht und eigentlich auch nachhaltig bewirtschaftet werden können. Die Diskussion zum Ende mit hochkarätigen Leuten aus der Branche ist natürlich immer super spannend, so hautnah mitzuerleben. Die Chance bekommt man ja auch nicht alle Tage und deswegen kann ich eigentlich gar nicht so einen Punkt nennen, sondern ich fand es im Großen und Ganzen ziemlich gelungen und interessant. Bis zum nächsten Mal.